So, heute gibt es mal eine kleine Indoor-Flugrunde aus unserem AG Keller. Mit dem schönen Teil hier, der Blade Mini-Quad mit FPV-System eingebaut, funktioniert mit allen Immersion-RC-Brillen. Ein super Teil. Wir werden gleich ein bisschen Parkour fliegen. Mal sehen, was da rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.